Hallo und herzlich willkommen zu Raphael, Joelle, Joshua, hallo und alle, hallo, hallo, heute ist Ostern, ja, hohe Ostern an alle, heute fahren wir durch die Stadt und zeigen euch, wie viel Ostern geschmückt ist und heute gehen wir noch spazieren, ja, heute ist Ostern, ja, ja, wir wollen ein bisschen zeigen, wie es aussieht bei uns in der Stadt, ja, und vielleicht sehen wir irgendwo Osterhase, hoffen wir, ja, und seid ihr bereit, freut ihr euch schon, bis später, ja, jetzt fahren wir los, ich sehe hier einen Osterhase, der ist geschmückt wie eine Krone, ja, wie eine Krone, ja, gehen wir dahin, ja, super, ja, schön Schau mal was habe ich da noch gesehen. Holzfiguren. 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 Und wer ist das? Da oben soll es sein. Glaube ich auch, oder? Ne, zwei Verurteilten. Ach so, aha. Das ist der Richter, glaube ich. Und da sind die Leute verurteilt. Da war noch ein Dritter. Ja, da sind nur Beine geblieben. Da hat jemand Stiefel. Vielleicht sind das nur Stiefel. Ja, das sind nur Stiefel. Hast du gelesen? Nein. Richter mit zwei Verurteilen. Ja, doch. Ja, aber schönes Haus. Schön, ja? Ja. Gibt es da noch was? Ja. Was schönes Haus. Warte, guck, schönes Haus. Was steht da geschrieben? Marie, Maria, Jesus und Josef. Ja. Auf der anderen Seite Josef, ja? Mhm, schön. Und wo warst du? Was hast du da gesehen? Da. War das ein Gefängnis, oder was? Ja. Ja. Frühere Gefängnis, ja? Das war frühere Gefängnis. Ja. Und da hatte ich hier so eine Kugel. Ja. Schön, ja? Und dann hab ich hier was, und das hab ich auch gefunden. Hier sind Bilder, da sind die Engel, die Jesus zeugt. Mhm. Hier ist der Rechen. Da ist der Esel. Hier ist der Esel, glaub ich, auf dem Boot. Hier ist der Esel. Hier ist der Esel, glaub ich, auf dem Boot. Hier, das ist doch eine Waage, oder? Mhm. Das ist, glaub ich, ein Skorpion. Ach, das sind, glaub ich, Sternzeichen, alle. Guck mal, das ist Jungfrau, glaub ich. Waage, Skorpion, Schütze. Und hier, unser Sohn. Steinbock. Steinbock. Wassermann. Und Fisch. 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 Das ist ein Gesicht. Dann hier noch geht's weiter. Warte. Löwe. Löwe. Blitter. Warte, warte. Ist das ein Witter? Ja, ein Krebs, glaube ich. Zwillen, Stier, wie unser Papa. Das war Jungfrau, das habe ich doch schon gesagt. Das ist dein Witter, oder? Witter. Ich dachte am Anfang das sind die Sternzeichen, aber ich war mir nicht so sicher wegen dem Buben. Guck mal, weil es da noch sind. Häuser so gemacht. Raffel, warte. Guck wie Häuser, ja? Aus Metall. Dort, Kirchen, Schule. Schwesterhaus. Untertor. Das ist wie Kirche, ja? Ja. Richtig schön. Ja. Untertor. Ja. 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 Was haben wir hier noch gefunden? Osterhase. Haben wir nichts mehr gefunden? Osterhase, ganze Familie, ja? Ja. Ach, das gibt es auf jedem Spielplatz. Das ist richtig schön, ja? Ja. Das ist richtig schön, ja? Ja. 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 Machen wir noch ein Foto mit Hause? Ja. 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 Was habt ihr da? Ist das überhaupt für euch? Ja. 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 Es ist gut. Da steht das Raffel. Von wem ist das? Von der Welt. Gell, guck, Raffel hat für dich. Meins! Von wo kommt das hin? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Siehst du, ihr wart hier bei Osterhase. Der hat euch gesehen. Und dann hat er ein Geschenk hingestellt. Freut ihr euch? Schöne Geschenke. Was hat er euch geschenkt? Ein Osterhase. Sag mal bitte, was habt ihr da? Josche, setz dich auf Bahn, dann kannst du besser rauskommen. Für mich ein grünes Ei. Weißt du, dass die Lieblingsfarbe grün ist? Das ist ein kaputtes Ei. Wie kaputtes Ei? Ich habe ein blaues Ei. Und ein Osterhase. Ist kaputt gegangen? Ja. Oh je. Du machst nichts, ja? Kann ich jetzt essen? Nein, zu Hause. Hier kann man doch nicht. Was hat Josche? Da ist Müll einmal. Nein, jetzt nicht rein. Wir fahren gleich noch weiter. Vielleicht gibt es noch was, ja? Ja. Und hast du auch was bekommen? Ja. Und was? Ein Ei. Und welches Ei? Blau! Auch deine Lieblingsfarbe, ja? Ich muss da reinpacken. Fahren wir weiter was gucken? Vielleicht gibt es irgendwo noch was? Ja. Ja? Ja? Ja. Ja, wenn wir sagen. Diese Brücke sind ganz viele Frauen, ja? Von verschiedenen Ländern. Syrbanien, Belgien, Dänemark, Kroatien, Niederlande, Spanien, Finnland. Mhm. Deutschland, Chile. Raff nicht auf die Straße laufen. Was? Ist das bei Griechenland? Nein. Nein. Dann nach Italien. Raff nicht auf die Straße kommt Auto. Deutschland. Raphael. Ja. Arme. Ja. Ja! Das sind welche, die wir haben mehr. Was sind da? Was haben Sie? Wagen. Wagen. Irland. Portugal. João. Marcus. Mützenwurz. Wagen. Österreich. Ouell. Ganz viele Blumen, ja schon. Hier finde ich es irgendwie übel schön, da ist zum Beispiel dieser Baum dort mit den rosanen Blüten. Vielleicht gehen wir da hin, ja? Osterblöckchen. Narcisse. Aber das ist ein Osterblöckchen. Guck, das ist ein schönes Blöckchen, ja? Das ist eine schöne Brücke, ja? Ja. Fluss. Gehen wir in den Park? Schau mal. Komm. Da ist es, diese Blümchen, was du gesagt hast, selten. Die hat, ähm, die da oder die, da in Instagram, die finde ich schön. Ich habe vorhin eine gefunden. Ja, man hat das bestimmt von hier abgemacht und dann dort irgendwo hingelegt. Jungs. Ich finde es hier wirklich cool. So viele Osterhüllblocken, ja? Richtig schön. Ja. Der ist spülplatz, aber jetzt ist viel Dreck hier, ja? Ja. Wegen Regen. Oh, das ist ja, ist das jetzt ganz ärgerlich. Mhm. Jungs, was habt ihr gefunden? Oh, so riesig. Hat er auch einen Korb mit Blumen? Check. Gehen wir zur Seite. Oh, ich geh auch da hin. Das ist größer als ich, ja? Ja, so groß. Machen wir ein Foto? Ja. So, die Jungs haben was gefunden. Was? Trainiergeräte? Sportgeräte. Hast du Fahrrad? Du? Ja. Raphael? Raphael, was macht? Raphael, was macht? Drehen. Das jacht. Und da kann man sich hinsetzen und sich drehen. Oder im Stehen? Oder im Stehen? Die Stehen, oder im Stehen? Die Stehen, oder im Stehen? Mhm. Okay. Prima. Schade, dass alles nass hier ist, überall Matsch. Wenn wir im Sommer wieder trocken sind, kommen wir wieder her. Wir waren schon hier, ja? Das ist auch gut für den Rücken. Gehen wir wieder hin, wo die Mensch ärgert dich nicht gespielt hat. Gehen wir wieder hin. Und gehen wir jetzt. Weil es wird schon gleich dunkel. Da muss man mit sitzen, hier mit stehen. Auf dieser Seite musst du dich hinstehen. Ja. Kannst du hier, guck mal, gleichzeitig in eine andere Richtung gehen. 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 Guck mal, wie ein Mensch ärgert dich nicht. Da. Warte, guck mal, was ist da? Guck mal, da sind Figuren. Hier sind kleine Zwerge, hier schon. Mhm. Hier sind kleine Hilf. Richtig schön. Mhm. Und hier ist ein kleiner Zwerg. Mhm. Und gehen wir jetzt weiter. Die sind schon dort. Was macht ihr hier? Ja. Ja. Und hier ist das? Ja. 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 Schnell, du hast etwas falsch. Joshua, nein, nein, nicht so. Da hin. Hier, wo du stehst. Zeig, Joshua. Nein. Wo er jetzt steht, da war er. Guck, Raffel, wo er jetzt steht. Da war er. Jetzt musst du dahin weiter. Ja, vier musste dahin. Da sieht man schon fast nichts mehr. Ganz viele sind ab. Viel Spaß. Sie sitzen, es ist so toll. Da kann man sich im Sommer ausruhen, bräunen. Und da sind so viele schöne Blumen schon. Richtig schön. Und fahren wir jetzt nach Hause. Und gucken, vielleicht finden wir unterwegs noch was, ja? Müssen wir nach unserem Papa suchen. Ich finde ihn schnell. Das schöne Ausflug heute, ja? Ja. Wir wollen hier noch suchen, ob hier Osterhase war. Ist da was? Ja. Ich habe das gefunden. Ist doch etwas nicht. Ist was Großes, ja? Ja. Was ist da noch? Das ist einfach eine Tasse. Denkst du? Ja. Ja, ich habe Verstandes. Ähm, geht doch nicht in die Tasse. Wen ist das? Du weißt. Du weißt. Juno, was ist das? Was sagst du da пока? Stell auf Tisch, spieß. Ja. Von wo wissen Sie, von wem welche? Der Name stand hier. Ja? Ja. Oh. Ihr habt ja heute einen ganz tolle Tag gehabt, ja? Ja. Ich bin gespannt, was ist das? Diese Große. Juno, guck mal. Mach nicht kaputt. Hier Kinderregeln. Ah, haben wir doch hier Kinderregeln. Alter, das ist groß. Jetzt zu Hause. Gleich fällt alles raus. So, gehen wir jetzt rein und gucken, was da drin ist. Alter. Helfen Sie. Soll ich helfen tragen? Ich kann nicht. Du, du hast nicht gehen. So, jetzt gehen wir rein und gucken, wieviel er hat. So. Alles hast du? Mhm. Soll ich helfen? Ja. Na, komm. Also, was? Nicht? Gibt's was? Noch zu Hause was? Oder nein? Nein. Nein? Hat er nichts versteckt? Oh, hier. Nein, hier. Stopp. Hä? Hier ist was. Wie? Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Weil du hast doch draußen gesagt, du hast was gesehen. Nein, nein. Ich bin jetzt gespannt, ob du hier auch was findest. Hier? Ja? Sag mal. Okay, verdammt dich. Was hast du da? Flush. Ich habe einen Affen. Und Joshua? Hast du auch was? Nein, mein Frosch. Wow. Ihr habt heute ja so viele Geschenke, hm? Aber es war ja noch eine Tüte. So, jetzt gehen wir und gucken, was da ist, ja? Weil wir wissen noch nicht. Und Jungs? Habt ihr jetzt heute viel, ja, zum Ostern bekommen? Zeigst du uns was? Hier. Kuscheltiere. Ich habe einen Frosch, Joshua auch. Mit Süßigkeiten. Ja. Hier haben wir. Bei mir sehe ich das nicht. Für mich sind solche. Mhm. Ah, bei mir ist noch eine Hase. Ja? Gucken wir danach, ja? Was habt ihr noch bekommen? Ähm, hier sind noch Eier. Ja. Und hier, so eine kinderlige Sammeltasse. Ähm, und zehn Kinder. Habt ihr jeder eigene, oder? Ja. Jeder hat noch ein verschiedenes Bild. Zeig mir mal. Hier. Du hast eine grüne Lieblingsfarbe, ja? Ja, ich habe blau. Blau. Und Haffel. Ähm, hat auch ein bisschen Gelb da. Gelb, ja? Ja. Jeder hat seine Lieblingsfarbe. Was habt ihr noch? Ah, das haben sie dort bei Ausflug noch bekommen, ja? Ja. Habt ihr gefunden bei Hasen. Mich interessiert, was ist in dieser Tüte? Ja. Ich bin bloß an meiner. Was hat Osterhase euch hier gebracht? Macht ihr auf? Ja. Versuch, komm, versuch, komm. Ja, schon. Oh, das war leer. Ja. Kommt, macht zusammen auf. Vielleicht ist das für Mama und Papa ein Geschenk. Nicht für euch, ja? Ja. Bestimmt, weil das eins ist, bestimmt für Mama und Papa. Was ist das? Was ist das? Kleidung. Rucksack. Alter, ich habe einen gelben. Und einen blauen. Alter, cool. Was ist das? Ein kleiner Rucksack. Hä? Hast du in deiner Lieblingsfarbe? Ja. Und Joshua? Blau. Und Jane? Ja, jeder in seiner Lieblingsfarbe. Oh, cool. Mach mal auf, guck mal. Ja. Nee, das ist meins. Micky. Micky, bitte. Joshua, Joshua. Sitz dich ein bisschen zu rafeln, weil sonst sieht man dich nicht. Mach mal jetzt die Tüte auf. Micky, wo du das tun hast? Micky, willst du vermößen? Ich will auch aufmachen. Oh! Was hast du da? Mein Feindersbuch. Ja. Kannst du mal auf? Guck mal. Ja. Ja. Ja, ich habe auch ein Feindersbuch. Und welches hast du? Fußball. Und du Rache? Mein Krupp. Und Joshua? Ich habe die falsche Reingeguckt. Hast du auch was oder nein? Ja, doch. Denkst du? Ich bin das falsche Reingeguckt. Was ist das? Ein Feindersbuch? Ich auch. Ihr habt ja so viele Geschenke heute bekommen, hm? Ja. Noch ich und Papa nichts. Hm? Hat Osterhase für uns nichts gebracht? Oh, leider nicht. Aber ich kann eigentlich auch was gehen. Ja. Nein, das ist alles für euch, ja? Und? War es schön heute? Danke, Mama, Papa, für den Ausflug. Und danke, Osterhase. Danke, Osterhase. Bitte schön. Oh, wie cool. Und ich habe noch Teppich. Und dann kann man vorlesen. Oh, sehr cool. Kann man vorlesen. Und sagen wir noch was zu Ende? Wenn der Teppich in den Falle macht, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert uns ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020